Um geröstetes Brot zu machen, gib zunächst 500 Gramm Mehl in eine mittelgroße Schüssel. Füge dann einen halben Teelöffel Salz, einen Esslöffel Backpulver und 350 Milliliter lauwarmes Wasser hinzu. Die Wassertemperatur sollte ungefähr bei 45 Grad Celsius liegen. Knete das Ganze, sodass ein weicher Teig entsteht, der jedoch nicht klebt. Forme nun Kugeln von 8 cm Größe und plätte diese, sodass zentimeterhohe Teigscheiben entstehen. Mach jeweils ein kleines Loch in die Mitte der Scheiben. Brate diese schließlich in 3 cm hohem Bratfett in einer Pfanne von beiden Seiten an, sodass sie gleichmäßig knusprig braun sind. Lege sie anschließend auf Küchenkrepp, um überschüssiges Fett aufzunehmen. Belege dann dein Brot nach Belieben mit Taco-Fleisch oder Käse. Belege dann dein Brot nach Belieben mit Taco-Fleisch oder Käse. Vielen Dank.